Er sagt ja, Lukas, ey, wir können echt jeden Podcast machen, die Leute, die fressen das einfach. Ihr da draußen, er frisst echt alles. Wir können uns einfach hier hinstellen, ihr guckt euch alles an. Ja, das ist auch ganz schön so. Egal was wir tun, egal wie scheiße wir uns von Folge zu Folge benehmen, was wir machen, ihr seid uns treu. Ihr seid uns treu und liebt uns trotzdem. Das ist ein tolles Gefühl und das ist auch ein tolles Geschäftsmodell auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein Geschäftsmodell. Wir verdienen ja damit auch viel Geld. Das ist ja zum Glück so. Ja, herzlich willkommen beim Zynischen Filmmagazin. Hallo. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film und Fernsehen und alles dazwischen und irgendwie außerhalb zu sprechen. Gerne ältere Filme, ab und zu auch aktuelle Filme, wie jetzt in diesem Beispiel. In der letzten Woche, da hatten wir eine ganz olle Kamille hervorgeholt, die aber noch immer ziemlich, ziemlich gut ist. Dieses Mal soll es aber ein bisschen um Aktuelleres gehen, damit wir hier nicht ganz so die alten Filmopas irgendwann mal werden, die immer noch sagen, früher war alles besser. Deswegen müssen wir uns mal ab und zu auch mal mit aktuelleren Filmen beschäftigen. Aber ihr könnt uns auch jederzeit Vorschläge machen, über Filme, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben, nochmal uns anschauen sollten aus einer neuen Perspektive. Da könnt ihr uns auf YouTube, wenn ihr das sowieso seht, dann seid ihr da sowieso schon auf der Plattform. Da gibt es natürlich eine schöne Kommentarfunktion. Ansonsten natürlich auch auf Social Media und auf unserer Webseite filmmagazin.org findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten, als auch Kommentarmöglichkeiten. Auf jeden Fall. Links findet ihr überall Videobeschreibungen. Und unter uns steht das, wenn ihr es bei YouTube guckt, auch nochmal ganz groß. Wir lassen euch damit nicht in Ruhe. Also meldet euch, wenn ihr einen Filmvorschlag habt. Ich habe ja noch so das kleine Trauma, das mir Madam Web verpasst hat. Über den Film haben wir vor ein paar Folgen gesprochen. Noch nicht ganz verwunden, muss ich sagen. Also das hat noch mir sehr wehgetan. Und als wir dann jetzt auf der Suche waren für diesen Film, für diese Folge, einen Film zu suchen, den wir uns angucken, habe ich so, und du gesagt hast, hier kommen Wolverine und X-Men, äh Wolverine und Deadpool, oder Deadpool und Wolverine, habe ich so gedacht, oh ne. Nee, nee, bitte nicht. Will ich nicht. Ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, dass der Film überhaupt kommen sollte. Also ich habe da erst kurz vor, vor kurzem erst den Trailer gesehen und habe gedacht, oh nein. Wo bist du denn unterwegs, Lukas? Warum, ja auf jeden Fall. Ist das schon, wird das hoch und runter geschaut? Ich versuche A, Marvel zu meiden und B, das Internet zu meiden generell. Das sind zwei gute Ideen auf jeden Fall, in den meisten Fällen. Und nichtsdestotrotz haben wir dann doch gesagt, wir machen das. Und ich war im Kino vor ein paar Tagen und habe mir den Film angeschaut und du auch. Also wieder mal Kinozeit gewesen. Und jetzt sprechen wir mal darüber, was wir da gesehen haben. Und ob das eher so Level Madam Web ist oder ob das vielleicht wieder wie früher, weiß ich nicht. Iron Man 1 oder ist es vielleicht, also ich meine, wir vergleichen das jetzt mal mit Superheldenfilmen. Oder ist es eher so, boah, coole Endgame-Schlacht oder ist es, weiß ich nicht, wir kochen mal hier neu auf. Oder Iron Man 1 ist kein guter Vergleich, eher Deadpool 1 ist der gute Vergleich. Weil der war ja damals, als der rauskam, da waren wir ja auch noch mehr in diesem Superhelden- und Marvel-Game drin. Und als der rauskam, war das so, boah, krass. Erstmal, also Erwachsenenhumor, Erwachsenen in Anführungsstrichen. Brutal, ab 16, mal was getraut, mal was anderes, mal diese Formel, diese Marvel-Formel gebrochen, vermeintlich gebrochen. Und echt mal erfrischend und cool. So, damit muss es sich, glaube ich, messen. Ja, absolut. Das ist dann, was ja Deadpool immer mit sich ein bisschen rumträgt, auch wenn er am Ende natürlich trotzdem klassischer Superhelden-Film ist. Und auch der zweite Teil hat das ja auch nochmal deutlich gemacht. Denn natürlich, die haben natürlich, was so der, die Möglichkeiten des Humors sind, ist natürlich ein bisschen breiter, als was Marvel sonst machen will. Sie könnten es natürlich auch anders machen, aber sie wollen natürlich in ihren relativ familienfreundlichen Umgebung bleiben. Aber mit Deadpool hat man natürlich schon nochmal ein paar andere Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. So ein bisschen Dirty-Humor, besonders halt auch dieses Selbstreferentielle und das aktiv kommentieren, dass man in einem Film ist. Und dass man Teil eines Marvel-Universums ist und was das alles mit sich bringt. Und Disney-Universums, auch das wird ja mehrfach angesprochen. Das ist ja tatsächlich hier bei Deadpool 3 jetzt sozusagen auch eigentlich die große Rahmenhandlung, also die kleine Rahmenhandlung, also die eigentliche Handlung, die kann man, glaube ich, wirklich in drei Sätzen zusammenfassen. Auch wenn es eigentlich wiederum komplizierter ist, weil es ja ganz viele Konzepte von Multiversen da eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich auch diese TVA, die gleich am Anfang vorkommt, die kennst du gar nicht, oder Lukas? Doch, die kenne ich aus Loki, der ersten Staffel. Gut, die hast du gesehen. Die erste Staffel Loki habe ich noch gesehen. Sehr gut. Das kenne ich. Das habe ich auch erkannt. Das wäre noch, also ich meine, das kann man auch ganz kurz erklären. Das sind dann einfach die Hüter über die Zeit. Und letztlich ist, glaube ich, auch ein Konzept, was es häufig in anderen Franchises auch schon gibt. Weil wir sind ja mittlerweile in Multiversen angekommen und verziehen von verschiedenen Zeitsträngen. Und dann gibt es natürlich auch eine übergeordnete Organisation, die sich darum kümmert, dass das alles halbwegs seine gelenkten Bahnen geht. Aber Deadpool hat ja am Ende vom zweiten Teil ja eine Zeitmaschine bekommen. Und damit ein bisschen Unfug getrieben auch so ein bisschen seine eigene Vergangenheit. Oder Ryan Reynolds hat seine eigene Vergangenheit auch ein bisschen dadurch kommentiert. Und hat auch dadurch einiges, was in den zwei Teilen davor passiert ist, rückgängig gemacht. Und da ein bisschen für Chaos gesorgt. Und jetzt ist es aber so, dass sein eigenes Universum, also das ist nicht das Universum von den Avengers, das ist ja Erde 616, sondern das X-Men-Universum, das ist irgendwas, 1000 irgendwas, ist auch nicht wichtig, zumindest ein anderes Universum. Aber das droht aufgrund eines Ereignisses, das müssen wir jetzt noch nicht spoilern, droht das dann halt in sich zusammenzufallen. Und Deadpool bekommt jetzt quasi mehr oder weniger die Aufgabe, oder gibt sich die Aufgabe selbst, jetzt sein eigenes Universum zu retten. Weil darauf hat er natürlich keinen Bock. Er versucht auch am Anfang kurz selber in Avenger zu werden, aber das klappt nicht. Und er braucht so ein Ziel. Das wird am Anfang relativ deutlich. Er ist irgendwie in einem Trott. Er hat dann auch kurzzeitig einen normalen Job als Autoverkäufer. Er ist natürlich eigentlich als geborener mehr oder weniger Anti-Held. Dazu auch berufen, auch für Größeres. Und jetzt kriegt er natürlich die Aufgabe, oder nimmt sich die Aufgabe, sein eigenes Universum zu retten. Und von daraus geht's los. Und dazu braucht er auch einen Wolverine. Warum, wieso, weshalb, das könnt ihr dann selber in einem Film erfahren. Aber er sucht sich dann halt einen Multiversums-Wolverine. Weil er kann dann auch ein bisschen hopsen durch die verschiedenen Universen. Und findet dann auch einen Wolverine, der zumindest halbwegs auf ihn passt. Der hat dann aber auch ein bisschen eine andere Vergangenheit als von den Wolverines, die wir sonst kennen. Eine düstere. Also gut, Wolverine ja sowieso, aber eine noch düstere. Noch düstere. Und dann geht's halt davon dann weiter, ob denn die beiden Wolverine und Deadpool dann zusammen das eine Universum retten können. Das ist sozusagen die grobe Handlung. Aber eigentlich die übergeordnete Handlung oben drüber, kann man glaube ich sagen, ist sozusagen das große Bye-Bye zu Fox. Zum Fox-X-Men-Universum. Das wird sehr, sehr deutlich. Ganz am Ende dann auf jeden Fall auch. Da kriegt er so eine kleine Montage, wo man wirklich nochmal Liebe wohl sagt. Weil ja Disney vor einigen Jahren 20th Century Fox gekauft hat. Die ja bisher immer die Rechte an X-Men und den Fantastic Four hatten. Und damit ja auch die ganzen Filme gemacht haben, die man kennt mit Magneto, Wolverine und Co. Und Deadpool war ja davon auch Teil von diesem X-Men-Universum, weil ja die ersten beiden Deadpuls auch noch unter Fox entstanden sind. Aber jetzt ist ja alles eins. Alles vom großen Disney-Papa jetzt aufgekauft. Und das kommentiert natürlich Deadpool auch entsprechend. Aber es ist natürlich auch, dieser Film soll auch, so kommt es zumindest rüber, dann halt auch wirklich das Liebe wohl sagen. Und einmal nochmal sozusagen ein Schaulaufen von den X-Men und einmal sagen, okay, Liebe wohl, diese Phase ist vorüber. Es beginnt eine neue. Das kann ja auch immer noch heißen, dass ein paar alte Schauspieler auch rüberkommen oder zumindest in einer anderen Form, Art und Weise. Im Multiversum ist alles möglich. Ist natürlich alles möglich, aber zumindest als übergeordnete Handlung kann man glaube ich sagen, es ist ein großes Liebe wohl zu Fox. Und damit, mit diesen Andeutungen sparen sie natürlich nicht. Wir haben mittendrin, also man kann, wenn man darüber spricht, dann nimmt man manche Pointen vielleicht vorweg, wobei vielleicht auch nicht. Also wenn ihr wirklich ganz ungespoilert da reingehen wollt, dann hört euch die Folge danach an einfach. Es gibt so eine Szene, wo sozusagen unsere Hauptcharaktere, also Deadpool und Wolverine, im großen Nichts landen, sozusagen auf dem Junkyard der Zeitebenen. Und es sieht so ein bisschen nach Mad Max aus, ist auch eine ganz schöne Parodie. Man hat offenbar auch damit geplant, dass man im gleichen Jahr wie Furiosa rauskommt und macht dann natürlich so eine kleine Persiflage draus, was ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Und da hat man auch so ein altes, so ein großes 20th Century Fox Stein Logo, das da irgendwie in der Wüste als, weiß ich nicht, abgehalftertes Ding liegt, sozusagen. Wie in Planet der Affen die Freiheitsstatue da irgendwie halb von Sanddünen vergraben liegt, liegt da eben 20th Century Fox. Und du hast schon gesagt, wir treffen auch einige Charaktere wieder und das ist ja schon, für mich war es ein Major Spoiler, wie gesagt, ich hab von dem Film nichts vorher gewusst. Die beiden dieser Gastauftritte, so könnte man es ja nennen, die waren auch tatsächlich nicht vorher bekannt, ein paar sind natürlich schon vorher irgendwie rumgekommen. Was natürlich echt großartig ist, ein großartiger Gag ist und dem Film echt beiträgt, wenn man das nicht vorher weiß, dass dann, weißt du, allein dieser Moment in dieser Szene, dass dann da Chris Evans steht und alle so, oh geil, Captain America. Und dann ist es aber, wie heißt er nochmal, Johnny Storm aus dem 2005er Fantastic Four, Crap, also, oh shit, oh nein. Oder Wesley Snipes als der alte Blade sozusagen, da gibt es ja dann auch bei dem nächsten Neuen und damit spielen sie natürlich auch. Und er sagt, es kann nur ein Blade geben, so, das bin ich. Also, da hat der Film dann durchaus auch Punkte und im Prinzip, also, ich hatte den Eindruck, und du hast recht, es ist auf der einen Seite eine Beerdigung von dem Fox-Universum. Man redet auch nochmal über, also sehr wohlwollend natürlich über Charles Xavier und das, was man aufgebaut hat die ganze Zeit und beerdigt das auch ein Stück weit. Und auf der anderen Seite, man connectet auch so ein bisschen die Dots, sag ich mal. Man sagt so, okay, das war das, das war das und das hängt so und so zusammen und wir machen jetzt aber ein bisschen anders weiter. Und für alle, die, wie ich, so habe ich mich zumindest gefühlt, wie ich, die also ein bisschen den Track verloren haben bei Marvel, weil es irgendwann einfach zu käsig wurde, war es nochmal so ein, so hängt das zusammen nochmal für dich als Update. Und ich glaube, das will der Film auch, ich glaube auch, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich genau die Zielgruppe für diesen Film. Absolut, ja. Die, die die Ersten geguckt haben, die die Ersten auch gemocht haben, die vielleicht irgendwann bei Endgame und den ganzen Serien ausgestiegen sind, die nicht so viel mitbekommen haben, um dann nochmal tatsächlich zu sagen, hey, so sieht es jetzt aus. Und auch musikalisch, finde ich, spiegelt sich das wieder. Wir haben ja dieser große 80er, 80er Trost, den wir die ganzen Jahre jetzt beobachtet haben, der ist ja vielleicht auch schon wieder so ein bisschen am Auslaufen, aber das machen sie nicht, sondern sie sind jetzt, NSYNC war dabei, sie hatten am Ende im Abspann Green Day dabei, also sie sind schon bei uns in der Jugend angekommen, würde ich sagen. Also sie sind jetzt in den 90ern angekommen. Ja, in den 90ern, also fast schon 2000er, so ein bisschen sogar mit drin. Also ja, sie sind in unserer Jugend angekommen und das ist natürlich mit Ansage. Es ist ein Meme-Game auch, der Film, absolutes Meme-Game. Das ist natürlich dann immer, was mit Deadpool irgendwie ein bisschen mitkommt, weil die Figur ja an sich auch schon so ausgelegt ist. Und ich glaube, es ist aber trotzdem auch für mich ein sehr unterhaltsamer Film auf jeden Fall. Da hast du eine super Zeit, gerade wenn du halt viele der Gags verstehst. Man wird wahrscheinlich nicht alles verstehen. Muss man sich vielleicht auch nochmal angucken, weil auch super da auch so einfach mal zwischengehauen wird. Und man muss eigentlich mal kurz, okay, warte mal kurz, muss ich kurz mal drüber nachdecken. Ah ja, deswegen ist es lustig, aber dann kommt schon der nächste Gag. Oder es ist wirklich ein Insider, den man gar nicht versteht, weil zum Beispiel auch ein Gast auftritt. Ich weiß nicht, gut, jetzt sind wir ja schon in dem Bereich, wo wir eigentlich alles spoilern können. Gambit, die Figur des Gambit, also der Objekte mit kinetischer Energie aufladen kann und so ein Kartenspieler ist. Auch eine sehr bekannte X-Men-Figur, die jahrelang versucht wurde, auch einen eigenen Film zu machen. Es gab einen Schauspieler, der unbedingt einen Gambit-Film machen wollte. Und das war Shannon Tatum. Der immer gesagt hat, ich will das machen, aber irgendwie ist nie was passiert. Und dann war 2020 die letzte Meldung, es klappt irgendwie nicht. Und dann kriegt er natürlich jetzt hier endlich seinen Auftritt als Gambit. Der Gambit, der ist in New Orleans groß geworden unter französischsprachigen Menschen und hat deswegen einen ganz, ganz dicken französischen New Orleans-Akzent, der super schwer zu verstehen ist. Ich bin allein schon deswegen so froh, dass ich den auf Englisch geguckt habe. Es lohnt sich wirklich, den Film auf Englisch zu schauen. Es ist jetzt interessiert, wie sie es auf Deutsch machen. Ich vermute mal, sie würden ihm einfach einen deutsch-französischen oder einen französisch-deutschen Akzent geben. Mal gucken, ja. Aber ist natürlich nochmal was an, also ein französischer Akzent ist noch was anderes als dieser New Orleans-Akzent. Der ist nochmal härter. Also zumindest für uns. Es ist wirklich, du verstehst kaum ein Wort. Es ist echt so. Ja, aber das ist Teil des Gags auf jeden Fall. Das wird auch entsprechend kommentieren. Das funktioniert auch wunderbar und ist natürlich trotzdem cool zu sehen, weil er auch super umgesetzt ist und ihm auch eine schöne Kampfchoreografie geben und man sich sozusagen hier nochmal ein bisschen ihm auch Schaulaufen macht. Hier, Scherding, du kriegst nochmal deine fünf Minuten als Gambit und vielleicht gibt's ja irgendwann mal davon in Einzelfilmen. Auch Elektra ist dabei, die auch nochmal süffisant kommentiert, dass sie kein Daredevil dabei haben will. Wenn man besonders weiß halt, dass Jennifer Gardner und Ben Affleck mal ein Paar waren, bevor Ben Affleck sie für Jennifer Lopez verlassen hat, dann hat dieser Gag auch nochmal eine Ebene. Und so ist es auch, man profitiert auch, wenn man viel auf Reddit unterwegs ist, auch viele Promi-News kennt und natürlich die letzten 20, 30 Jahre Comic-Verfilmung alle gesehen hat und vielleicht sich darüber hinaus noch auskennt. Also ich würde mal mutmaßen, die Writer, die den Film geschrieben haben, die kennen sich richtig gut aus. Und vor allem, also ganz großer Applaus an die Drehbuchschreibenden. Da kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also für die Gags auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich würde sagen, die sonstige Handlung, da gibt's einiges, was man verbessern kann. Ich glaube aber, das ist ja die untergeordnete Rolle. Sie haben, also ich glaube sogar, ich mutmaße, sie haben mit Ansage gesagt, komm, wir machen einen ganz klassischen Film und wir wollen am Ende sogar, wir machen am Ende sogar die große, triefige, Superhelden-Happy-End-Geschichte. Weil das machen sie ja am Ende auch und es hat mich trotzdem erwischt, weil der Film ist halt so anders, also so anders lustig eigentlich die ganze Zeit und am Ende hast du dann trotzdem das große Weltretten und das große moralische Freundschaft und was weiß ich Ding. Und er kommt damit aber für mich durch oder er ist bei mir damit durchgekommen, weil er das halt nicht so langweilig und blödsinnig erzählt, wie beispielsweise bei Madame Web oder so, wo man gar nicht so richtig weiß, was wollt ihr mir eigentlich sagen? Sondern er sagt, wir haben diese basale, ganz einfache Botschaft und die verpacken wir jetzt eigentlich in eine lange Late-Night-Show mit Wolverine und Deadpool, kann man sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ich bin wirklich erwartungsfrei da reingegangen, was echt gut war und bin daran erinnert worden, warum man eigentlich sich einen Deadpool-Film anguckt. Ein bisschen infantilen Pipi-Kacka-Humor, ein bisschen was Selbstreferentielles noch haben, aber auch so halb ernst gemeinte, selbstkritische Sachen. Auch so das mit dem Disney, das wird ja öfter angesprochen, dass man ja in diesem Wohlfühl-Disney-Universum gar nichts mehr machen darf. Aber Kevin Feige hat uns eine Sondererlaubnis gegeben. Außer koksen dürfen wir alles, aber ich würde so gern mal koksen. Und ein bisschen Brutalscheiß einfach, weil da passen Wolverine und Deadpool auch zusammen. Wird sich auch drüber lustig gemacht, dass Wolverine so viele Filme gebraucht hat, bis er endlich mal einen ab 16 Film gekriegt hat. Er wird auch gesagt hier, ja, zu Hugh Jackman. Ah, glaubt man nicht, dass der nicht wiederkommt. Die verpflichten den, bis der 100 ist, dann muss der Wolverine spielen. Oder wo ich auch so sehr gelacht habe, als sie Henry Cavill als Wolverine-Variante erreist so ganz kurz. Weißt du noch, wo sie die Multiversen, in welcher Film waren das, wo die die Multiversen introduced haben und dann diese Reise durch die Multiversen kurz gemacht haben? Doctor Strange 2 wahrscheinlich? Doctor Strange 2, genau. Und das war so unkreativ. Es gab ein Farbuniversum, das war ganz cool, aber das ist halt so für zwei Sekunden zu sehen. Genau, und der Rest war so langweilig, so banal. Oh, guck mal, wir haben hier andere Ampeln, hier geht man bei Rot und so einen Scheiß. Und dann machen sie hier auch so eine ähnliche Reise durch die Multiversen und gucken halt, welche Wolverines es gibt. Und das ist relativ lustig. Und einmal hat man halt einfach Henry Cavill als Wolverine. Das ist halt noch Cavill-Rine oder so. Das musst du so feiern, weil es ist halt immer wirklich Henry Cavill. Und dann hat er noch so, nach dem Motto, haben wir dich endlich von der dunklen Seite der Macht weggekauft. Das ist irgendwie die Leute hier, die behandeln dich ganz, ganz schlecht. Komm, 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 komm zu uns. Hat sich dann auch so eine Botschaft an DC, wie sie mit ihm als Superman umgegangen sind. Ich meine, genau wie umgegangen sind, weiß man nicht. Aber zumindest, der hat sich wohl nicht mehr so wohl gefühlt. So scheint es zumindest auch noch mal sozusagen mitkommentiert. Deswegen, ne, der ist wirklich super unterhaltsam. Und ist so diese ganz klassische eigentlich Superhelden-Struktur und auch Drei-Akt-Struktur. Aber man merkt, das funktioniert auch immer noch, wenn man es gut unterhaltsam ist. Ja, und auch das Sagen sagt er ja. Auch das sagt er ja. Also, es gibt ja so eine Szene, wo man schon merkt, okay, jetzt kommt der emotionalere Moment. Und dann sagt halt Deadpool, willst du mir gleich sagen, was deine Hintergrundgeschichte ist, oder heben wir uns das für Akt 3 auf? Und sie heben sich für Akt 3 auf. Oder auch, wo er sagt so, okay, das war jetzt echt eine Menge Exposition, als jemand einfach so eine Sache erklärt hat. Also, das ist halt auch für, also es hat mich halt auch wieder gekriegt, weil das, was man eigentlich kritisieren würde, nehmen sie so ein bisschen vorweg, indem sie es einfach laut sagen. Das ist genauso, wie wir uns vorher gefragt haben, warum muss man denn nach Logan, nach diesem perfekten runden Abschluss für, oder nach dem sehr guten runden Abschluss für die Figur, die ich sehr mochte, Wolverine, als Hugh Jackman, ich mochte auch den ersten Film, also den Wolverine-Film. Warum muss man denn da jetzt, ja genau, warum musste man denn, das ist eine krasse Meinung, da bist du. Warum musste, er lebt zumindest in meiner Erinnerung gut, ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken will, und warum musste man da noch einen Film drauf machen, nochmal draufsetzen, warum musste man das machen? Und genau das ist das allererste, was Deadpool sagt am Anfang, warum muss man das? Und er gräbt halt einfach das Skelett aus. Also die Leichenschändung sozusagen auch mit der Vergangenheit entsprechend umzunehmen. Mitansage. Metaphorisch auch entsprechend umgesetzt, ne, und trotzdem wird natürlich auch gerade, man muss gerade sagen, wie sehr hier Logan, der Film Logan auf dem Podest gehoben wird, ist auch schon krass, ne, weil der wird ordentlich gefeiert, und deswegen kann man auch entsprechende Witze drüber machen, dass man den hier nochmal ausgräbt, also um etwas sozusagen sich drüber lustig zu machen, muss man ja auch ihn erstmal ein bisschen hochheben, damit es überhaupt lustig ist. Ähm, das macht der Film ja auf jeden Fall, deswegen funktioniert es ja auch so gut. Und deswegen muss man wirklich sagen, ne, wenn man das mit anderen, auch den jetzt von Madden Web mal abgesehen, weil der, glaube ich, wirklich nochmal ein Sonderfall an Scheißigkeit ist, ähm, auch von anderen Filmen absieht, ist es ja wirklich Deadpool mal wieder, wo man, äh, super unterhaltend aus dem Kino kommt. Ja. Ähm, noch wirklich wieder viel Spaß hat, gerade, ne, man ist, ist eigentlich das, äh, der ganze Film ist das Leonardo DiCaprio-Meme aus, äh, Once Upon a Time in Hollywood, äh, wo er da so, da, kenn ich, ähm, so ungefähr, ähm, ist das ja das, dass wir was wiedererkennen und natürlich wissen um die Schwächen und Stärken und auch aus der Vergangenheit von verschiedenen Comic-Verfilmungen, aber dass Deadpool hier super zu einem unterhaltsamen Mischmasch zusammenbraut. Aber ich muss trotzdem sagen, ne, das ist, aber das liegt natürlich auch an der Figur Deadpool selbst, ähm, da hatte ich von Anfang an meine Probleme damit, ähm, weil es natürlich ein wirklich zynischer Humor ist, weil Deadpool weiß um die Schwächen von Marvel und was das alles mit sich bringt, macht einen Witz drüber und macht's dann trotzdem. Ne, das ist so, die, ist die einfachste Art und Weise, eine Kritik, äh, sich mit einer Kritik auseinanderzusetzen, ist, sie selber anzusprechen, man nennt das ja auch Lamp-Shading, ähm, und dann macht man's trotzdem, ne, und das ist so. Äh, und es gibt ja auch am Gegenende so einen Moment, wo Deadpool auch eine kleine Rede vor anderen Deadpools hält und sagt hier, das ganze Multiversums-Ding, ähm, hat alles nicht so funktioniert, ne, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob das alles so wirklich, wie sinnvoll das eigentlich ist, ne, wo man merken kann, okay, kommentiert sich Marvel auch selber, dass es halt jetzt nicht so stark ist, wie da was, was davor passiert ist. Ähm, und dadurch, dass man jetzt auch weiß, dass, ähm, das Ganze mit Kang als Oberböse, Ober-Multiversums-Bösewicht ja erst mal aufgrund externer Gründe, weil der Schauspieler verurteilt wurde, aufgrund häuslicher Gewalt, ähm, das erst mal gestrichen wird und vielleicht auch das Multiversum ein bisschen eingekürzt wird, wie weit, weiß man jetzt noch nicht, aber so scheint es zumindest, dass das jetzt auch Deadpool sozusagen der erste Moment ist, wo man sagt, okay, das ganze Multiversums-Ding lassen war. Aber am Ende ist auch Deadpool genauso, ein Multiversums-Film begeht auch an sich die gleichen Schwächen, wie jeder Multiversums-Film, ähm, weil er natürlich seinen einzelnen Figuren sehr wenig Raum gibt, sich wirklich zu entfalten, weil es gibt immer den nächsten Gastauftritt, immer der nächste Moment, wo man sagen kann, ah, das kenne ich ja von früher, ähm, aber in Ansätzen, ähm, merkt man trotzdem, dass da eigentlich noch mehr drin gewesen wäre. Das ist natürlich jetzt, ähm, ne, schwierig, weil ich glaube, man hätte schon wahrscheinlich so 10, 15, 20 Prozent Humor rausnehmen müssen, so in meiner Vorstellung. Ähm, um ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen oder den einzelnen Figuren mehr Raum zu geben, vielleicht auch 1, 2, 3, 4 Gastauftritte rausstreichen, ähm, weil gerade die Beziehung zwischen Deadpool und Wolverine, ähm, die ist ja eigentlich prädestiniert für entweder A, ne, ne Cop, äh, also ne, ne, ähm, so Nice-Guys, ähm, ähm, Dynamik zwischen zwei Cops, äh, mehr oder weniger, ne, der eine ist der aufgedrehte, äh, Quasselkopf und das große Mal und der andere ist halt der grießgrämige Detective, ne, und beide müssen jetzt einen Pfeil lösen. So kannst du Deadpool, Deadpool und Wolverine auch fuhren, die passen genau in dieses Schema da. Oder, wie sie es teilweise machen, die zweite Möglichkeit ist wirklich wie Ehepartner, wie Mann, äh, so Mann und Frau oder Mann und Mann in, in, in dem Fall. Es gibt dann wirklich eine wirklich richtig gute Szene, in dem Auto, ähm, wo sie quasi sich streiten, ähm, sich dann quasi zu Tode abstechen, weil beide haben ja auch, ähm, super Heilfähigkeiten, deswegen macht's ganz schön, aber das ist wie Sex inszeniert, ähm, wie so ein, auch wie so ein, nach dem Streit Sex inszeniert. Was eine mega gute Idee ist, das umzusetzen, das ist lustig und es bringt die Charaktere rüber und danach ist auch eine Charakterentwicklung findet statt. Aber das war's. Und danach sind sie eigentlich mehr oder weniger Best Friends, ohne es eigentlich nochmal genau zu kommentieren und ohne, dass es dann nochmal Höhen und Tiefen hat. Und das ist so, das passiert schon in der Mitte des Films oder kurz vor der Mitte des Films, ähm, und da ist, find ich, da hätte man noch wahnsinnig viel mehr draussen machen können, weil das, weil am Ende wird's dann so richtig, da opfern sie sich füreinander auf und das hab ich nicht so wirklich mehr abgekauft. Dafür, dass sie sich am Anfang hassen sich natürlich, dann gibt's in dieser Mitte diese Szene im Auto und dann ist irgendwie, haben sie sich alle lieb. Und wenn man da noch mehr Szenen eingebaut hätte, ähm, wie sie sich aneinander kabbeln, wie sie merken, was der andere einem gibt, das wirklich auf eine Ehe-Metapher vielleicht auch mehr bringt, keine Ahnung, das, da hätte ich, ich glaub, das wäre auch möglich gewesen, das wäre auch noch, dieser Deadpool-Humor wäre da auch noch drin gewesen. Das da, find ich, ein bisschen schade, dass man sich da so wenig getraut hat und dann diesen Humor eigentlich immer nur dazu nutzt, was anzusprechen, was Kritik ist, ja, ihr wisst, das ist blöd, haha, ist ja lustig und weiter geht's. Ja, also er passt natürlich perfekt in den, in den Marvel-Disney-Presse, weiß nicht, Öffentlichkeits-Arbeitspläne rein irgendwie, das ist ganz klar. Und man ist, glaub ich, auch am, oder ich bin auch im Moment an dem Punkt, wo ich sage, alles, was besser als schlecht ist, ist gut. Ich glaube, das wissen sie auch. Ja, aber, also es ist absolut unterhaltsam, das kann man sagen. Ich hab's lange nicht erlebt, dass im Kino auch geklatscht wurde bei einigen Gags, die kamen. Bei uns tatsächlich auch. Ohne zu sagen, dass das jetzt der High-Class, der nächste Dingsbums-Film ist. Ich glaube, man sollte diese Art von Film und diesen Film natürlich auch nicht vergleichen mit, weiß ich nicht, sucht euch einen der sehr guten Filme aus, über die wir hier schon gesprochen haben, die wirklich auch auf einer, auf einer anderen Ebene gut sind. Aber wenn man ihn in diesem super Blockbuster Marvel-Superhelden-Kosmos sieht, ist es ein guter, unterhaltsamer Film, der trotzdem erwartbare Elemente hat, denke ich. Also, ja. Aber es gibt nur noch eine Sache, also die hab ich jetzt auch schon in ganz vielen, auch grad Marvel-Filmen immer wieder angesprochen, die ich echt scheiße finde. Und jetzt auch hier wieder sehr deutlich wird. Also, ich weiß nicht, also es glaube ich, es fällt nicht so vielen Leuten wahrscheinlich auf, oder vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, aber irgendwie, ich find's immer noch verrückt. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was Marvel und Disney den Set-Designern einmal angetan hat, ob die irgendwie alle mal verbannt haben, irgendwo hin, aber ich find's echt, wie viele Finale wir in Marvel-Filmen haben, die irgendwie auf einem grauen Felsen stattfinden, in irgendeiner Pfütze, in irgendeiner Müllhalde. Und jetzt haben wir hier irgendwie zwei Drittel des Films von Dead One Vision gefühlt in irgendeiner Kiesgrube in Bochum gedreht wurde. Hallo, das ist ein Gag. Das ist für Yosa. Ich versteh schon, dass das so ein Mad Max-Style ist, aber das sieht ja nicht mal so gut aus wie ein Mad Max. Sieht original aus wie eine Kiesgrube. Ja, überhaupt gar nicht. Und das kannst du ja, das soll ja auch nicht sein, wo irgendwie so ein Junkyard von verschiedenen Leuten, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind, wie du schon gesagt hast. Das muss man dann auch entsprechend durch Lehre zeigen. Aber das ist so eine unkreative Platte und auch so eine, wie es auch von der Lichtstimmung her gefilmt ist, dass das wirklich aussieht, wie wirklich mal bei mir hinten im Hinterhof gedreht. Warum kann man da nicht nochmal mehr Elemente einbringen, damit das ein bisschen spannender aussieht? Und da hört es ja nicht auf bei dieser Kiesgrube. Das ist ja dann auch das ganze Finale, findet in einer Londoner Nebenstraße statt und dann gibt es einen U-Bahn-Schacht. Und das war's. Und das ist so auch, ich weiß auch warum U-Bahn-Schacht und so. Das passt wahrscheinlich auf eine Soundstage, passt das drauf? Ja, exakt, genau das. Und dann hat man genau die Setgröße. Ich war nur an einer Stelle und da ist es mir wirklich aufgefallen, ich war an einer Stelle überrascht, dass es eine offen war, zumindest da sieht so aus. Und das ist ja schon krass, dass man den Unterschied mittlerweile sieht. Es gab aus meiner Sicht eine echt aufgenommene Außenszene. Und das ist die, wo der Hund das erste Mal vorkommt, wo man sozusagen den schönen Deadpool mit den langen Haaren trifft. Es gibt mehrere Deadpulls, auch das ist in dem Film so. Die ist irgendwo, ich weiß nicht, in Großbritannien irgendwo auf dem Land vielleicht oder sonst wo auf dem Land und die ist offenbar außen gedreht. Und man sieht den Unterschied einfach. Man sieht den Unterschied zu allen anderen Szenen, die vermeintlich draußen sind. Und das ist so krass. Also das ist schon, warum man sich jetzt ausgerechnet für die Szene entschieden hat, dass die echt sein kann. Und warum dann auch gerade so groß so ein Wiesenfeld, was jetzt auch nicht so spektakulär aussieht, aber wenigstens, hey, sie haben wenigstens einmal draußen gedreht. Aber da hätte ich mir vielleicht auch was Schöneres überlegt. Aber ja, das ist immer noch so ein bisschen, was ich nicht verstehe, warum man, wenn man das Multiversum hat, wo man im Prinzip alles machen kann und ja auch von den ganzen Gastauftritten sich so viel Mühe gibt und auch so viel einarbeitet, aber dann immer das Set so aufbaut, wirklich wie so flach, warum man da nicht immer ein bisschen mehr traut. Und ich meine, an sich die Idee gibt zumindest die von der Bösewichtin Cassandra Nauva, die auch quasi die Schwester von Charles Xavier ist. Die wohnt quasi in einem riesigen Ant-Man-Körper. Das ist zumindest eine coole Idee, das wird auch besprechend eingesetzt, aber das ist auch fast schon die einzige visuelle Idee, wo man mal ein bisschen zwei Schritte weiter denkt. Das hätte ich mir auch mal so für den ganzen Rest des Films überlegt. Man hat an sich die TVA, also diese Zeithüter, die im Film vorkommen, die sind natürlich durch Loki, also ich finde Loki zum Beispiel, was sie sich da überlegt haben, für dieses, das soll ja so ein klassisches Büro sein, aber so ein mega verwirrendes Riesenbüro sein, diese Zeithüter, das auch so analog aufgebaut ist, aber es sind natürlich irgendwie Hightech-Elemente trotzdem dabei. Das finde ich vom Set-Design ja echt richtig gut. Da haben sich was richtig überlegt, auch nochmal in der zweiten Staffel, auch schön weitergedacht. Und die hatten wir natürlich jetzt hier auch in Deadpool nochmal, weil die vorkommen. Das finde ich total, da merkt man auch, wenn man sich mal was wirklich überlegt, wie sowas aussehen kann. Aber das war es dann schon fast. Deswegen, gerne Marvel, bezahlt mal eures Set-Designer ordentlich. Oder gebt dem mehr Zeit, keine Ahnung, was ihr den antut jeden Tag. Aber die können mehr. Ich glaube, es ist einfach eine Geldfrage. Aber die geben ja sonst so viel Geld aus für alles andere. Vielleicht hat man aber mittlerweile auch so sehr in ILM investiert, dass man sagt, damit sich das lohnt, müssen wir jetzt auch alles am Computer machen. Weiß ich nicht. Aber das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, die Zeiten, zumindest jetzt bei Marvel, aber wir sehen es ja auch bei vielen anderen Filmen, ist es ja auch so, die Zeiten eines Herr der Ringe, die da durch Neuseeland tingeln und irgendwie, das sind leider irgendwie offenbar, das ist nicht mehr on Vogue, sagen wir es so, gibt natürlich immer noch Ausreißer, aber wir haben es ja auch, als wir über Furiosa gesprochen haben, haben wir es ja auch gesagt, dass es da offenbar einen Unterschied gibt zwischen Furiosa und Fury Road, wo Furiosa ja ganz viel draußen in echt in der Wüste gedreht worden ist und bei Furiosa anscheinend schon mehr, ja weiß ich nicht, Soundstage, Screen, Blue, Screen, was auch immer, The Void, keine Ahnung, zur Verfügung kommt, zum Einsatz kommt. Ja, aber trotzdem gesagt, auch dieser durchaus sichtbaren Schwächen, kann man wirklich sagen, für jeden, der so ein bisschen Interesse hat, der auch ein paar Marvel-Filme mal gesehen hat, der kann da glaube ich sehr, sehr viel Spaß haben, das ist wirklich, wo man mit einem guten Gefühl am Ende rausgeht und auch nochmal sieht, dass an sich eigentlich diese klassische Superhelden-Formel immer noch sehr gut funktionieren kann, hier, wenn man es natürlich ein bisschen durch den Kakao zieht, aber am Ende natürlich trotzdem eine klassische Superhelden-Geschichte erzählt, dass es wie gut das noch funktionieren kann und ja trotzdem auch ein paar schöne Momente haben kann, ich meine diese von Cassandra Nova, diese Art und Weise, wie sie ihre Gegner manipuliert, weil sie auch so eine, in den Geist von Leuten rangeht, das wird hier auch sehr visuell dargestellt, auch direkt aus den Comics übrigens, habe ich auch mal ein Bild gesehen, also das ist eins zu eins, weil sie wirklich mit den Fingern durch den Kopf geht, da finde ich auch das CGI in der einen Szene auch ziemlich gut, da gibt es gerade einen quasi Mini-Bösewicht, der quasi von Cassandra Nova gefoltert wird, da auch mal Lob dann für das CGI, das fand ich, das sieht ziemlich gut aus, gerade weil es ja dann um Gesichter geht, wo dann Finger durchgehen, also was sicherlich nicht einfach ist, das fand ich da wirklich sehr gut aus, das war da wirklich so ein bisschen eklig sogar, da kann man dann sogar sehen, auch das kann Deadpool, da muss es dann nicht nur witzig sein, sondern es ist wirklich ernsthaft eklig, davon hätte ich mir halt eben gerne noch ein kleines bisschen mehr gewünscht, ich glaube dann, das hätte dem ganzen Film jetzt nicht geschadet, dass ich ein kleines bisschen zurückgefahren hätte, was den Humor angeht und sich da zumindest narrativ und auch visuell mehr getraut hätte, aber trotzdem sehr unterhaltsamer Film. Sie haben, wie soll ich sagen, Sie haben Timing bewiesen, glaube ich, sowohl was die Gags im Einzelnen angeht, aber auch was diesen Film angeht und was, oder Gespür für Timing und was so die Platzierung angeht und auch so die Sachen, die sie besprechen, die Referenzen, die sie bringen und so. Also ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier jetzt nochmal einen Marvel-Film empfehlen, aber für Unterhaltung. Klappt eben doch nochmal, ja. Ja, deswegen können wir aber gleich, wenn wir kurz noch über eine News-Serie sprechen können, da können wir gleich wieder auf Marvel draufhauen vielleicht, weil ja dann Deadpool doch so wirkt, als ob, okay, das Multiversum wird ein bisschen abgeändert, ist vielleicht zwar nicht die allerbeste Idee, da machen wir gleich eine kleine Kurskorrektur, aber es kam jetzt die große Nachricht, dass jetzt Avengers 5, also nach Avengers Endgame, wird jetzt halt eben nicht der Kang-Film, was es eigentlich hätte werden sollen, also Kang Dynasty war ja bisher der Titel, der wird jetzt Avengers Doomsday heißen. Also wir springen einfach auf Doomsday um, als Böseweg. Nicht Doomsday, das ist der aus DC. Ah. Es gibt noch einen anderen, der mit Doom heißt, das ist aber Marvel, das ist Doctor Doom. Victor van Doom, den man bereits auch aus dem Fantastic Four-Film, der einmal schon vorgekommen, also zweimal schon vorgekommen ist, aber darüber reden wir lieber nicht, auch alle Doctor Doom-Fans schweigen das wahrscheinlich lieber. Und der bekommt jetzt einen großen Film, Victor van Doom. Und wer spielt den großen Doctor Doom, der auch ein ganz großer Bösewicht im Marvel-Universum ist, also an Sicht der Figur kann man das schon machen. Aber wer, wer spielt ihn? Wer spielt Doctor Doom? Lukas. Jemand, den wir ja schon kennen. Jemand, den wir schon kennen. Jemand, der schon mal was bei Marvel gespielt hat? Jemand, der schon mal was bei Marvel gespielt hat. Hm. Was wirklich, wo du dir denkst, da ruft die Vergangenheit mal wieder an. Man will natürlich wieder an die alten Zeiten anknüpfen. Man traut sich natürlich doch nichts. Ich glaube, also Hugh Jackman wird es nicht sein. Hugh Jackman ist es nicht. Dann würde ich sagen, Robert Downey Jr. Es ist Robert Downey Jr.? Nein. Nein. Doch. Er wird Victor van Doom spielen. Das ist wieder wirklich, wenn man sagt, ich meine, ne, abwarten, wie sie es machen. Aber am Ende muss es ja eine Multiversumsvariante von Tony Stark sein, die irgendwie zu Doctor Doom wird. Und das ist so eine unkreative Entscheidung, weil man natürlich nur Robert Downey Jr. wieder reinnimmt, nachdem er auch einen guten Tod hatte. Ich meine, das ist in Comic-Verfilmungen, jemand, der tot ist, kehrt wieder. Das ist auch vollkommen bekannt. Aber hier war es ja nicht nur, dass Iron Man gestorben ist, sondern Robert Downey Jr. als das Gesicht des Marvel, das Cinematic Universe, liebewohl gesagt wird und man weitergeht, der nächsten Schritt geht. Der Schritt war nicht so gut, war nicht so optimal, also geht man wieder eine Rolle rückwärts und holt ja den großen Star wieder zurück. Es geht ums Geld. Es geht einfach ums Geld. Es geht ums Geld. Da braucht man sich, glaube ich, gar keine Hoffnung mehr zu machen. Ja, das ist wieder so, ne, und da merkt man halt auch wirklich dieser zynische Humor von Deadpool am Ende, es geht so weiter. Ich bin da wirklich relativ dann erschrocken gewesen, wo ich das gelesen habe. Ich meine, aus Marvel-Sicht, verstehe ich das total, es machen auch wieder die Russo-Brüder, also die Avengers 3 und 4 gemacht haben und auch den dritten Captain America, die auch dadurch bekannt sind, dass sie absolut nicht auffallen, in ihrer Art und Weise Regie zu führen. Also absolute Lakaien von Disney und Marvel, die werden das schon das gut, wahrscheinlich, wie Marvel das haben will, umsetzen. Aber ja, da bin ich wirklich ein bisschen traurig darüber. gerade auch, muss man auch, wenn man hier ein bisschen noch weitergehen möchte, weil eigentlich auch von Doctor Doom ist auch einer der ganz, ganz wenigen Super-Schuriken, Super-Helden in Marvel und auch DC, die tatsächlich eigentlich einen Sinti und Roma Hintergrund haben, die tatsächlich aus Rumänien kommt, glaube ich, Victor von Doom eigentlich, auch einer der ganz wenigen sozusagen großen Franchise-Figuren, die aus Sinti und Roma-Charakter haben, das auch für den Charakter tatsächlich sehr wichtig ist, weil er auch entsprechende Diskriminierung und Rassismuserfahrungen gemacht hat. Und ich weiß halt nicht, wie sehr man das mit Robert Downey Jr. umsetzen kann, dass man da, wäre auch cool gewesen, wenn man da einen unbekannten rumänischen Schauspieler gefunden hätte. Ich meine, wenn man ganz mutig ist. Das hat Marvel tatsächlich auch mal gemacht mit, also nicht mit einem rumänischen Charakter, aber auch mit Loki, also Tom Hilton und Thor, Chris Hemsworth, waren beide unbekannte Schauspieler zu dem Zeitpunkt, wo sie gekastet wurden. Und man hat Superstars gefunden. Dass man sich das auch nicht mehr traut, hier vielleicht einen unbekannteren Schauspieler zu nehmen, finde ich auch schade. Ich meine, man hat es mit Kang tatsächlich auch versucht. Das war, John F. Mayers war ein eher etwas unbekannterer, der dann aber zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Rollen dann schon wieder gespielt hat, aber zumindest, wo sie ihn gecastet haben, da war er noch nicht so groß. Das hat in dem Fall jetzt dann nicht so gut funktioniert, aber das ist natürlich immer die Gefahr. Das kann natürlich auch bei großen Schauspielern passieren. Aber ich finde das auch ein bisschen schade, dass man, das haben auch viele kommentiert, dass man hier, dass auch die Chance wohl verpasst hat, sich vielleicht auch einen unbekannteren aus Osteuropa vielleicht gerade zu holen, die jetzt bei Marvel-Filmen nicht so häufig zu vorkommen. Ich meine, das ist bei Wanda eigentlich auch dasselbe. Sie ist eigentlich ja auch, hat eigentlich osteuropäischen Hintergrund und da hat man sich auch einfach eine amerikanische Schauspielerin geholt, die die ersten Filme noch einen osteuropäischen Akzent hat und dann komplett den vergessen hat und jetzt ist es auch amerikanisiert. Das ist auch mal so schade, diese Gleichmacherei da wirklich, dass einmal drüber gefahren wird mit dem Bügeleisen. Aber gut, am Ende kann natürlich Victor Phantom trotzdem cool umgesetzt sein. Ich meine, die Figur ermöglicht ganz, ganz viel. Aber ja, mit Robert Tony Jr. habe ich da wirklich meine Probleme, dass das was werden kann. Also, schaut Deadpool zu Unterhaltungszwecken und glaubt aber nicht, dass sich irgendwas ändert. Glaubt es nicht. Ja, aber darüber macht Deadpool auch Jokes, also wir wissen es. Und damit, schöne Woche euch und wir hören uns dann nächstes Mal wieder, vielleicht mit einer Serie, mal gucken, was wir haben. Nee, nee, ich glaube, wir haben schon geplant. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein Filmchen. Ja. Aber was Interessanteres, ein bisschen mal was jetzt nicht so Mainstreamiges. Also jetzt, mittlerweile schon, dass man, man hört ein bisschen was aus dem Mainstream, aber der ist ein bisschen kleiner. Ja. Mal schauen, was das wird. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.